Du Grossvater, warum hat der Käse so grosse Löcher? Der Schweizer Käse ist wie die Berge voll an Löcher. Und was ist in den Löchern? Viel Geld! Mein Vater sagt, es gibt Leute, die kommen mit fliegenden Maschinen und haben alle Geheimnisse der Welt bei sich. Ihre Augen werden gezaubert. Und dann dürfen sie zum Herz der Berge. Dort schlafen alle Geheimnisse. Das glaube ich dir nicht, mein Kind. Ob es der Alpöl glaubt oder nicht. Hohe Datensicherheit und Verfügbarkeit. Entscheiden über Erfolg oder Misserfolg des E-Business. Ich mache die Vor 운동 aus. Ich kann mal betern da, mit ein wenig Wasser umschmerzen. Ich spüre die Vor Something. Ich werde sie wollen.